Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kreativen Tutorial auf meinem Kanal. Diesmal werden wir wieder mit dem iPad arbeiten und dem Apple Pencil und der App Procreate. Das ist im Prinzip die Voraussetzung, damit ihr das Tutorial wirklich eins zu eins so nachmachen könnt. Vor allem werden wir in dem Tutorial 3D-Effekte üben für unser Lettering und auch mit Masken arbeiten, beziehungsweise mit einer Maske, damit wir da noch ein bisschen mehr Sicherheit reinbekommen. Für diejenigen, die damit noch gar nicht gearbeitet haben, gehe ich aber auch Schritt für Schritt nochmal die einzelnen wichtigen Punkte auf jeden Fall durch. Ansonsten ist das hier wie gesagt schon unser Ergebnis. Die Farbcodes, die stehen auch alle nochmal in der Beschreibung des Videos hier unten drunter, falls ihr die direkt einfach mal kopieren wollt. Ansonsten können wir dann nämlich auch gleich losstarten und zwar mit einer neuen Ebene. Ich lege sie mir jetzt hier einfach da drüber an und mache mir hier einfach mal mein Wort aus. Ich habe einen Hintergrund angelegt mit so einem hellen Blauton und wie gesagt, was die Farbpalette betrifft, die habe ich euch auch nochmal in die Beschreibung gepackt und zwar könnt ihr den bei Wert dann immer eingeben. Also wenn ich jetzt hier das helle Blau für den Hintergrund auswähle, dann habe ich dafür im Prinzip die Hexadezimal angegeben. Das erkennt man immer mit dem Hashtag vorne. Die müsst ihr einfach hier eingeben und dann könnt ihr die Farben im Prinzip so auch nachmachen. Wie gesagt, hier einfach mal, wir starten mit dem hellen, ja, Türkisblauton als Hintergrund und legen uns eine Ebene da drüber an, die lasse ich mal hier unten verschwinden, mein Originalbild und suche mir jetzt den hellen, also diesen mittleren, orange-braunen Ton einmal aus. Wir gehen auf Brushes und unter der voreingestellten Pinselsammlung Kalligrafie finden wir den Monolime Brush und diesen Brush tatsächlich, den werden wir einmal duplizieren und legen uns jetzt einfach einen dickeren Marker an, damit wir nicht hier immer die Einstellung verändern müssen, duplizieren wir den und legen uns einen extra dicken Marker an. Wir gehen einmal hier drauf und gehen auf Allgemein und hier unten bei Größenbeschränkung können wir jetzt die Maximale auf ca. 500 bis 600% legen und die Minimale können wir auch noch ein bisschen nach oben packen. Hier in der Vorschau können wir noch ein bisschen kleiner werden, je nachdem wie ihr die Vorschau haben möchtet. Bei Strich schaue ich nochmal, dass der Jitter wirklich komplett aus ist, damit wir hier eine schöne gerade Linie haben. Die Streamline setze ich in meinem Lettering Brush immer gerne nach oben, weil ich das sehr angenehm finde fürs Illustrieren bzw. Zeichnen. Da setze ich die Streamline meistens ganz nach unten oder hier in den bis zu 20%. Aber wie gesagt, hier regele ich sie einmal so auf 80% ungefähr und kann jetzt hier zurückgehen und einmal ausprobieren. Ich habe jetzt hier meine Pinselgröße bei ungefähr 20% gehabt, das ist schon super. Ich lösche das aber noch einmal und möchte jetzt hier das Wort Wunder schreiben und versuche jetzt mir hier, ich glaube das hier ist schon so die richtige Größe, und ich schreibe mir jetzt hier einmal das Wort Wunder. Ich kann hier auch einfach abwechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben. Ich passe das noch ein bisschen an, lege eine Ebene da drüber an, die ziehe ich mir aber da drunter und wähle mir einmal den weißen aus, also die weiße Farbe aus und der Brush, der bleibt tatsächlich gleich, also wir bleiben hier bei dem dicken Monoline und ich gehe jetzt hier aber in meiner Pinselgröße einmal größe. Ich möchte nämlich eine Outline kreieren und hier muss ich jetzt einfach mal versuchen, das sieht noch ein bisschen klein aus, dass ich jetzt ungefähr die Mitte treffe von meiner ersten Linie im Prinzip und schreibe mir jetzt hier ganz einfach das Wort einmal nach und habe dann gleichzeitig auch eine schöne Outline. Die weiße Ebene dupliziere ich mir einmal und schalte die obere aus, klicke auf die untere, aktiviere den Alpha-Lock, indem ich mit zwei Fingern die Ebene einmal rüberziehe und dann habe ich hier im Hintergrund statt der grauen Vollfläche, habe ich dann hier so Kästchen, daran kann ich erkennen, dass der Alpha-Lock aktiviert ist. Viele können jetzt, also die meisten machen jetzt glaube ich Color Drop, ich mache es meistens über den Alpha-Lock, weil ich es einfach sicherer finde, dass wirklich alle Teile der Schrift umgefärbt werden und suche mir jetzt in meine Farbpalette den dunkleren Ton von meinem ersten Ton, den ich verwendet habe, also den dunkleren Braunton einmal aus und der wird jetzt mein Schatten werden. Dafür gehe ich hier ganz nach oben mit meinem dicken Monoline und kann ihn hier ganz einfach einfärben. Die Ebene kann ich hier auch einmal umbenennen und schalte wieder meine weiße Ebene an und gebe hier Outline Weiß ein. Mein Schatten Da gehe ich auf das Transformieren Zeichen, indem ich hier einfach auf den Pfeil klicke und ziehe mir so rechts nach unten meinen Schatten Ungefähr so, das reicht mir schon Klicke wieder drauf Deaktiviere den Alpha-Lock dass ich im Prinzip auch hier wieder mit zwei Fingern einmal nach rechts ziehe Gehe auf meinen kleinen Monoline Versuche hier wirklich eine kleine Pinselstärke zu haben und jetzt habe ich hier noch so diese Übergänge im Prinzip, die hier ganz schön hart sind meines Schattens und die ziehe ich jetzt hier einfach mal nach Da wo ich das Gefühl habe dass die Übergänge einfach noch ein bisschen gleichmäßiger sein können Hier zum Beispiel Noch einmal kurz kontrollieren und damit war es das auch schon mit dem Schatten im ersten Schritt Ich öffne eine Ebene über meinem Schatten und gehe hier gleich auf Clipping Maske und suche mir einen ganz dunklen Braunton den ich hier schon vorgegeben habe und gehe einmal auf Airbrush und suche mir Airbrush grob schwachdeckend aus Genau Und den habe ich jetzt bei der Größe ungefähr 5% und gehe jetzt hier einfach meinen Schatten von unten nach oben drücke unten doller auf und umso weiter ich nach oben gehe drücke ich weniger auf Das kann man jetzt hier schwer sehen tatsächlich Ich habe aber auch meine Deckkraft auf nur ca. 45% gesetzt weil ich das ganz angenehm finde Was man aber auch machen kann ist dass ich die Deckkraft einmal höher setze dann ist es auch gleich ein bisschen deutlicher So Und wenn ich dann das Gefühl habe der Schatten ist mir noch zu dunkel kann ich hier einfach meine Transparenz noch ein bisschen nach unten ziehen Ungefähr so Wir setzen jetzt noch die Highlights und zwar gehe ich hier einfach mal über Wunder setze ich eine neue Ebene und suche mir hier den helleren dieser braunen Töne im Prinzip aus und gehe auf Tinte und die Gesinki-Tusche habe ich dafür einfach ausgewählt Damit bekommt man nämlich wenn ich wenig aufdrücke einen dünnen Strich wenn ich viel aufdrücke einen dicken Strich Und was ich jetzt im Prinzip mache dass ich auf der also ich stelle mir jetzt vor das Licht kommt von rechts oben ungefähr das heißt dass die Bereiche die hier so rechts des Buchstabens liegen die werden dann mit Weiß noch von mir gehighlighted quasi und mit dem helleren Braun werden sie auf der linken Seite so ein bisschen hell-dunkel also das ist quasi noch ein bisschen dunkler als Weiß aber es ist natürlich heller als meine als mein Grundton das heißt hier setze ich auch Highlights indem ich einfach hier so meinen Pinsel aufdrücke und damit bekomme ich so einen ungleichmäßigen Strich in der Stärke einfach das finde ich einfach ganz schön und kann hier noch so zwei Punkte mit eingeben so und das gleiche mache ich dann hier unten nochmal an dem U auf der Seite hier unten und dann hier unten ich nehme um das ist und dann hier unten Das Ganze wiederhole ich mit einer neuen Ebene und suche mir dafür das Weiß aus, nur dass ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite arbeite und ich versuche aber meine Outline dabei nicht zu berühren. Und damit wirkt mein Lettering tatsächlich schon viel lebendiger. Auf einer neuen Ebene wiederum suche ich mir diese ticken dunkleres Blau-Türkis einmal aus und gehe wieder auf meinen Calligraphie-Brush und suche mir den Monoline aus. Ich verziere jetzt noch den Hintergrund mit so Tropfenelementen, die relativ schlicht sind und die sollen auch gar nicht so doll hervorstechen tatsächlich. Ich zeichne mir dafür einmal die Outline und dann mit Color Drop erreiche ich dann im Prinzip, dass sie gefüllt sind und kann jetzt hier nochmal gegebenenfalls ein bisschen nachbessern und übernehme das hier einfach für noch ein paar weitere, mal kleine, mal große Tropfen. Den Standard Monoline, den setze ich jetzt einmal nach oben, so ungefähr bei 75-76% und einfach hier mit so ein paar Punkten locker ich jetzt hier meine Tropfenelemente einfach auch nochmal ein bisschen auf. Und ich öffne mir eine neue Ebene, die benenne ich gleich mal, achso die andere hier, die hier benenne ich einmal um. So, und nenne die Tropfen, Tropfen und hier, das, ich nenne sie jetzt einfach mal Maske. Das wäre nämlich meine Masken-Ebene. Dafür suche ich mir aus der Farbpalette mir hier den dunklesten, ja, blau-türkis-grünton raus. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das ungefähr geht. Wahrscheinlich eher so türkis. Und habe den Monoline ausgewählt. Den, also bei dem gehe ich wieder ein bisschen runter, so auf ungefähr 30%. Ich teste das mal, na, vielleicht noch ein bisschen. Ja, also bei mir ist er jetzt bei 18%. So, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier so Schnörkellinien auf meinem Buchstaben quasi schreibe, aber so ein bisschen oben und unten entlang der Wörter, also der Buchstaben im Prinzip meines Wortes. Und dann kommen wir auf jeden Fall zu Schritt 2 der Maske auf jeden Fall. Im ersten Schritt einmal, wir beginnen hier von der linken Seite und versuchen jetzt hier relativ zügig, damit wir hier schöne Kreise bekommen, einfach mal ganz schnörkelig so eine Linie im Prinzip zu ziehen. So sieht es dann nämlich bei mir aus. Und dann gehen wir auf die Masken-Ebene, klicken einmal drauf und gehen auf Maskieren. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass mit, also ich kann in Ebenen tatsächlich einmal auf eine zerstörerische Art arbeiten und einmal auf eine nicht zerstörerische Art. Würde ich jetzt quasi mit meinem Radiergummi, den ich jetzt hier auswähle, wenn ich jetzt hier die Linien, also Teile der Linien wegradieren möchte, dann ist das quasi unwiderruflich zerstört. Das ist halt tatsächlich ein Problem, wenn ich mit dem Radiergummi arbeite. Natürlich kann ich mit dem Radiergummi auch immer wieder zurücktippen und wieder rückgängig machen. Sobald ich aber einmal rausgehe, weil ich irgendwie was anderes noch suche oder sonst irgendwas mache, dann habe ich das Problem, dann ist es halt unwiderruflich gelöscht und ich kann es nicht wiederherstellen. Mit so einer Maske ist es jetzt so, dass die Maske einmal komplett weiß ist. Und dafür muss ich mir einmal ein tiefes Schwarz auswählen, so wie das, und habe einen Brush tatsächlich ausgewirkt, je nachdem, wie ich den haben möchte, in welcher Größe. Und wenn ich der jetzt hier über meine Linien fahre, dann sind die erstmal weg. So, und auf meiner Ebenenmaske sehe ich dann die Teile tatsächlich schwarz. Also die, die ich wegradiert habe, die werden hier plötzlich schwarz. Wenn ich mir dann hier wieder mein Weiß auswähle und auf meiner Maske bleibe und wieder mit dem Monolime-Brush arbeite, mit dem ich gearbeitet habe, und hier einfach rübergehe, dann ist es wieder hergestellt. Und das funktioniert tatsächlich auch, wenn ich hier schon ganz lange nicht mit drin gearbeitet habe. Also nicht nur in der aktuellen Version, sondern wenn ich dann in drei, vier verschiedenen Illustrationen gearbeitet habe, ich komme wieder zurück in diese Illustration, möchte nochmal was bearbeiten, Ich kann immer wieder mit dem Weiß etwas wiederherstellen. Das ist eigentlich so der ganze Trick dabei. Das heißt, ich suche mir wieder wirklich ein komplettes Schwarz aus. Das kann ich mir hier auch auf meine Palette mit anlegen. Hätte ich eigentlich gleich machen können. Hier sieht man jetzt, dass er bei dem Weiß nicht alles wieder komplett sichtbar gemacht hat. Ist aber gar nicht schlimm, weil hier unsere Teile sind tatsächlich wieder sichtbar, die wir sichtbar haben wollten. Und wir werden jetzt hier sowieso weiter drin arbeiten. Das heißt, unser Monoline ist ausgewählt. Und jetzt kann ich im Prinzip entscheiden, welche Elemente, welche Linienführung quasi weg sein soll und welche nicht. So. Und da fange ich jetzt einfach mal an und radiere mir hier den Strich einmal weg. Den möchte ich jetzt nicht sehen. Das heißt, das gibt dann so den Anschein, als würde hier die Linie hinter dem, also quasi hinter meinem Wort langlaufen. Hier muss man ein bisschen präziser arbeiten. Jetzt kann man hier schön sehen, das läuft hinter dem Wort entlang und das hier soll dann vor dem Wort entlang laufen. Das bleibt auch davor und hier kann es wieder dahinter sein. So. Und hier ist es dann wieder davor. Beziehungsweise hier mache ich es auch dahinter. So. Das heißt, davor, hier ist es dahinter, hier ist es auch wieder davor. Hier können wir es auch davor. Ne, ich mache das lieber hier dahinter, weil hier oben das auch schon bedeckt ist. Dann kann man das Wort auch noch ganz gut lesen. Und hier ist es auch wieder davor. Ja. Und so sieht unser fertiges Werk jetzt tatsächlich aus. Ich finde es, ja, sehr nett geworden auf jeden Fall. Hier können wir nämlich wirklich so eine Basic-Maskenübung damit machen, mit dieser Linienführung. Vielleicht versteht ihr das dann auch noch ein bisschen besser. Also für diejenigen, die da noch nicht ganz so durchgesehen haben. Wir haben wirklich hier ganz coolen 3D-Effekt nochmal erstellt. Und ja, es ist einfach nochmal ein ganz cooles Projekt für alle diejenigen, die noch ein bisschen besser im iPad-Lettering werden wollen. Ansonsten verabschiede ich mich erstmal und sage dann erstmal Tschüss und bis bald.